irgendwo muss jedoch ein loch in der wand oder ein kaputtes fenster geben sie hinten nach ich würde selbst gehen dabei ich bin nicht spiderman sag einfach dass du schießt okay so sollte ich hier sehen was ein leck der sieht mir verdächtig aus sondern es ist nur zum klettern erger auf 100 prozent ist irgendetwas das sagte ich hier habs gefunden sind da noch andere leute oder was ich fühle mich wie im horrorfilm hallo irgendwelche zornigen angler mit haken hier warum schreist du wie ein verrückter ist die verschlossene tür machen wir die mal auf ist da was nein sind sie da ich verknallt mir gerade alle klopf klopf witze ja gefunden schlau aber ich habe nichts was genug strom erzeugt elektroschocker genial die kondensatoren könnte ich für meine geplante verbesserung brauchen wir kommen hier zu einem schock ja ich mag diese spinne ich kann noch nicht weiter schalten die sind gut und die das elektronetz ist super was klar was erinnerst mich an meinen sohn hat mit 5 den fernseher auseinander genommen jetzt entsperrt er die handys von freunden hört sich an als könnte er mir eine menge beibringen okay nichts illegales zu sehen das ist ein riesiges schiff auf den ersten blick sehen wir uns mal um suchen wir was bestimmtes die werft ist schon lange hier wurde früher von schmugglern benutzt verstehe die typen machten ihre geheimräume soll ich jetzt nach geheimräumen hört sich hol an was soll ich jetzt ein verstecktes bedienfeld wie bei der anderen tür die kabel gehen hinten raus suche einen weiteren anschlusskasten mal sehen ob meine linsen die leitungen erfassen habe ich eins oh hat's funktioniert nein war wohl der falsche kasten such weiter danke die hätte ich nie alleine aufbekommen hey ich hätte sie ohne sie nie gefunden alter der typ hat einfach viele geheimverstecke innerhalb seiner geheimverstecke wo ein geheimraum ist könnten auch mehrere sein ist dir was am boden aufgefallen sie können die türen verstecken aber nicht die kratzer alter die augen nach weiteren offen das ist sogar logisch okay wo kann ich weitere finden da ich jetzt weiß dass ich kratzer suchen muss sollte ich mich noch mal umsehen tue ich eh da 100 prozent na doch nicht doch 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 da treffer kratzer keine tür zumindest sehe ich keine ist ja klar warten sie ich ziehe sie hoch erster stock verrostete maschinenteile stinkende ratten achten die brücke ist kaputt ich schaffe das ich hab's aber nicht geschafft hey gute landung und so wir futtern nicht alle donuts schon gut noch eine geheimtür ich breche das schloss auf melde dich wenn du den anschlusskasten findest wohin führt das denn aber ich hab's gefunden was perfekt ich hab's geschafft was kann man so sagen ok öffne was wartest du dann noch hey sieh dir das an nichts vielleicht will fisk mich damit nur an der nase rumführen nein da ist eine stromkraft sie haben hier waffen aufbewahrt die haben sie nicht durch die vordertür ausgeschafft wir müssen einen durchgang verpasst haben sieh dir die wand an vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen bereich fisk's männer sprachen von einem keller vielleicht sind wir nah dran bestimmt sieht nach einem dualen schaltkreis aus such den zweiten anschlusskasten der ist gleich da unten glaub ich oder nein wohin führt der es sind mehrere gefunden was ok ich verstehe was ich machen muss geschafft krass alter sag nicht dass ich es alleine heben möchte kannst du mir helfen das ding ist schwer natürlich alter wie willst du das bitte alleine erheben 1 2 3 dachte jetzt dass so ein quick event kommt das ist ganz schön gruselig vielleicht ein alter schmuggler tunnel und seit el capone hat hier niemand mehr sauber gemacht dicker betonklumpen im weg ich komm nicht durch mal sehen wie das von oben aussieht hier lässt sich was machen moment was war das beeilung hier ist alles instabil ok das war definitiv keine u-bahn nein nein hörte sich an wie sprengstoff und das klingt nach dämonen ok ich hab's herausgefunden ich hab's herausgefunden dann los geht's oh was wäre ich ähm pastete geworden mir ist nichts besseres eingefallen mit jill jill sandwich hoffentlich bekomm ich dafür kann strike oder was was ist denn hier los alter hey da ist was die nicht tödlichen waffen wollten sie nicht da gelassen haben sie blendgranaten rauchgranaten hier sind leere kisten die anderen haben sie einfach gleich ganz mitgenommen ist ja noch was oh da rein und wieder raus die waren schnell alter wann haben sie das geschafft ich war ja draußen und hab die leute vermöbelt den eingezäunten raum haben sie nicht aufgebrochen zu viel arbeit wenn man nur den draht über den waffen ständer biegen muss was ist denn das nichts wichtiges da sie haben die schlösser gesprengt ach so die sind ja noch da dämonen bleiben sie hier oh nein wir werden sie nur zu zweit kriegen und mit denen sie wollen weg los jetzt schnapp sie halt stopp die waffe sie sind verhaftet soll sie uns haben deine flüchte die übernehme ich wow genau das meine ich ich mache einfach nur meine Arbeit schieße wegkommt nachwarten jetzt geben sie einfach nur an sagt der Kerl der Kugeln ausweichen neugier ihn was ich bin ein bisschen beeindruckt such weiter wo ist der Typ hey Jeff einer ihrer Tricks wäre jetzt echt super wo ist er hinter dir oh oh das war ja knapp exaktes Timing nein die werden nie mehr mehr zu ich habe auch freunde siehst du ich habe auch freunde wegkommt ich klicke ihn ab der wegkommt jetzt gewalt wie sieht es aus ich hoffe ich gewinne weiß du was ich hätte ich hatte